Die halten dich alle für total dumm, aber du bist eigentlich gar nicht so dumm. Guten Tag, Leiser mein Name. Ich würde gerne wissen, wozu hell ist GTA 6? Ich warte immer noch auf GTA 6 seit acht Jahren. GTA 6, da warte ich da... Boah, ich habe mich erschrocken. GTA 6, ich habe keine Ahnung, da müssen es ja irgendwann... Das liegt doch nicht an mir, das müssen, wenn die Programme... Aber GTA 6 ist doch ein Computerspiel, oder nicht? Genau, GTA 6. Kenn ich nicht. Wir setzen am besten ein Zeichen. Einmal in die Kamera schreien. Wo ist GTA 6? Nee, das brauche ich nicht, weil ich habe ja fünf noch nicht mal durch. Ja, wir werden irgendwann mal. Irgendwann mal. Wurde der jetzt von Take-Two bezahlt? Wer macht das Spiel? Wo waren wir stehen?